Na Leute, kennt ihr diesen Panzer? Das ist das Objekt 777. 77777. Und zwar ein Panzer, der schon sehr, sehr, sehr lange eigentlich in den World of Tanks Files drin ist. Er ist sogar im Spiel vorhanden und könnte sogar von Supertestern, glaube ich, oder Democons, je nachdem, gespielt werden. Müsst ihr mal nachfragen, ob das wirklich so ist. Nichtsdestotrotz, dieser Panzer ist ziemlich interessant, weil er wirklich schon, glaube ich, gute 2 oder 3, 4 Jahre in den Spielen, falls als Stufe 10 er drin ist. Dies ist jetzt aber nicht mehr der Fall, wie der Titel dieses Videos schon suggeriert hat. Und zwar, dieser Panzer wird auf Stufe 9 runtergesetzt. Und das ist schon ein bisschen interessant, weil es fehlen uns doch 2 Neuner, oder nicht? 2 Neuner fehlen uns, eine für Frontline, eine für die Ranked Battles oder Gewaltungsgefechte, die wir als Belohnung kriegen können. Ist das eine Option, dass dieser Panzer ein dieser Frontline- bzw. Ranked Battle Rewards sein könnte? Die, sagen wir es mal so, mehr kann dazu nicht gesagt werden, oder? Es gibt keine offiziellen Kommentare dazu, nachdem ich nachgefragt habe. Und ja, diese Panzer gibt es jetzt schon seit 3 Jahren in den Spiele-Falls, oder vor 3 Jahren wurde dieser Panzer veröffentlicht. Nun, ähm, ja, stimmt, da steht es ja, 2015, das sind schon bald 4 Jahre, hoppala, mein Fehler. Und das eben, das ist das Objekt 777 Version 2. Hat eine 122mm-Kanone, welche die gleiche ist wie die der IS-4, wie die der T-10s, etc., etc. Und ja, er war ja schon mal auf Stufe 10. Und ich möchte jetzt mit euch gerne die Stats angucken, um sie mit den alten, dieses Panzers, vergleichen, die wir hier haben. Sowie aber auch natürlich noch, ich habe hier hintergelegt, einen Compare oder einen Vergleich mit dem 277. Da ich oft gesagt habe, hey, das 277 sieht ein bisschen aus wie das 777, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir es eventuell mit dem T-10 vergleichen, weil diese Panzer eventuell sogar gleiche Spielstile haben werden. Und wie schon gesagt, jetzt vergleichen wir hier drüben einen Stufe 10er mit einem Stufe 9er. Natürlich, der Stufe 10er hat, also, hat andere Stats als jetzt hier die Stufe 9-Variante. Trotzdem, da können wir probieren, einen Vergleich zu machen. Das Erste, was auffällt natürlich, die HPs wurden runtergenervt von 2100 auf 1850, weil es trotzdem noch 50 HP höher ist als das, was der T-10 hat. Und wisst ihr was? Wir müssen nicht mehr raten, wie die Panzerung sein wird, sondern... Tada! Wir können das Panzerungsmodell auf tanks.gg uns anschauen. Hipp, hipp, hurray! Und das Erste, was interessant ist, das da hinten ist keine Panzerung, ist einfach Shotpanzerung. Supi! Das Zweite, was interessant ist, diese Wanne sieht ein bisschen aus wie die vom Chieftain. Unterwanne, ja, vielleicht nicht zu dick, aber dieser obere Teil hier, Trollololo Turbo Bounce. Außer der Teil hier hinten, welcher nur 30 Millimeter dick ist. Die Turmfront, 258, 260 und dann geht es schnell mal auf die 300 hin. Kuppel, 165 Millimeter dick, aber man muss Glück haben, wo man sie trifft, wie ihr sehen könnt, weil teilweise wird es dann ziemlich schnell ziemlich dick. Turmdach, was ja teilweise oft ein Weakspot ist von russischen Heavys, nicht der Fall, 50 Millimeter. Die andere Kuppel mit 165 Millimeter, auch nicht wirklich gut. Unterwanne, 175 Millimeter, 192, 250, jaua, aua, aua. Also, wir können es jetzt mal vergleichen in einem Live-Vergleich mit der Kanone eines T10s, beziehungsweise mit der gleichen Kanone, wie das Orbit 777 haben wird. Und klar, Unterwanne kann gepennt werden und dann, sobald es dann in die Oberwanne geht, dann wird es ziemlich schwierig. Die Kuppeln, ja, also toll sieht es jetzt da gerade nicht aus. Und was auch ganz interessant ist, die Panzer hat hier unter den dicken, 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 dicken Ketten, und wie ihr sehen könnt, der Panzer kann höchstwahrscheinlich nicht seitlich so gedetrackt werden. Nur hinten, so wie es aussieht, ja, hat er noch ganz 115 Millimeter Seitenpanzerung. Natürlich, sie ist ganz flach, nur da oben ist sie ein bisschen angewinkelt, that's about it. Trotzdem wird das heißen, dieser Panzer wird ziemlich gut sidescrapen können oder aus einer teilgedeckten Stellung rauslunzen können. Nichtsdestotrotz, so wie es aussieht, das Heck und so wird leichtes Futter sein für Artillerie, sowie auch leichte, sowie auch für die Radpanzer. Aber alles in allem, für eine Stufe 9, da sieht die Panzerung ziemlich heftig aus. Das Einzige, was uns fehlt, ist, wie hoch dieser Panzer ist, weil natürlich, wenn wir von weiter oben runterschießen können, dann wird diese Oberwanne mal ziemlich schnell ziemlich weicher. Nur das Problem, was ich persönlich sehe, ist, ja, wo soll da eine Stufe 7er ohne Premium-Munition durchkommen? Wo soll eine Stufe 8er durchkommen, wenn dieser Panzer jetzt zum Beispiel anwinkelt? Also hier haben wir jetzt, guck mal, probieren wir mal so, da haben wir jetzt da vorne 215 maximal, da hinten ganz, ganz wenig. Und dann kommt hier dann die Oberwanne, die dann schnell mal wieder auf 260 geht, da unten auf 12. Also, die Panzerung ist schon ziemlich stark, so ist das nicht. Und es fehlt ein bisschen so ein guter Weakspot, hätte ich gesagt, aus meiner Sicht. Aber ja, Panzerung, so wie es aussieht, wird bleiben von den Werten her. Ja, zur Motor, der Motor bleibt auch gleich mit 850 Pferdestärken, ist sogar 100 Pferdestärken höher als der vom T10. Und auch sogar das Pferdestärken pro Tonne-Verhältnis wird sogar, wie es aussieht, beim Stufe 9er noch ein bisschen besser mit 18 gegenüber den 17 der Stufe 10er Variante. Und nicht vergessen, der T10, so wie es aussieht, hat sogar noch ein bisschen schlechter. Obwohl er hier in diesem Vergleich, hat er den Top-Motor, doch, den Top-Motor hat. Also sogar noch schneller als der C10. Interessant aus meiner Sicht. Wanddrehgeschwindigkeit, da kotzt dieser Panzer natürlich ab. Die Wanddrehgeschwindigkeit ist jetzt hier 28 Grad pro Sekunde. Der 10er hatte 29 und der T10 hat 33 Grad pro Sekunde. Und die Turmdrehgeschwindigkeit wurde auch nicht angepasst und dies sogar gleich bei beiden Fahrzeugen oder allen drei Fahrzeugen. Sichtweite 380 Meter, die wird um 10 Meter runtergenervt. Ist natürlich 20 Meter schlechter als das vom T10. Und das wird man spüren, weil man muss eine gute Crew haben, um dann noch mit Optiken auf 445 Meter Sichtweite zu kommen, wenn man ohne Ration spielen möchte. Top-Geschwindigkeit jedoch. 50 Kilometer vorwärts, 15 Kilometer rückwärts ist genau das gleiche, wie der T10 haben wird. Nur, wie schon gesagt, der T10 hat ein viel, viel schlechteres Pferdestärken pro Tonne Verhältnis. Wups. Zwar Kanone. Ja, die Kanone muss man jetzt nicht wirklich mehr viel sagen. Die ist geblieben wie auf dem Stufe 10er und auch wie der T10 sie hat. Nur der große Nachteil wird sein, dass sie ungenauer ist. Ihr könnt sehen, 0,4 Genauigkeit. Ihr habt auch den Nachteil jetzt, dass ihr eine längere Einzelzeit, ja doch nicht, ihr habt die schnellste Einzelzeit mit 2,5 Sekunden Base. Aber dafür eine längere Nachladezeit, wenn es mich nicht täuscht. 13,2 Sekunden, welcher der T10 sowie das Tier 10er 777 gleich hat. Jetzt können wir noch kurz den DPM berechnen, damit es ein bisschen anschaulicher ist. Und natürlich, mein Husten ist wieder super genial heute. Ja, kotzt mich richtig hart an. Mal 4,40. Gibt uns ein DPM von Punktgenau 2000. Und das verglichen mit dem alten 277 sowie auch mit dem T10, ja, ist halt schon ein bisschen weniger. Es sind 200 Schaden weniger. Und was auch noch dazu kommt, aber für die Leute, die den T10 gerne haben, sollte das eigentlich kein großes Problem werden. Denn der T10 hat ja auch schon diese 5 Grad negativen Kanonenrichtwinkel, was dieser Panzer hier, das 777 Version 2, auch mitgeben wird euch auf dem Weg. So wie es aussieht, eigentlich eine schnellere Variante vom russischen T10, so wie es aussieht. Mit schlechteren Kanonstats ein bisschen, aber dafür vielleicht auch besser gepanzert. Wenn ihr überlegt, hier 40 Millimeter Kuppel, 100 Millimeter, ja. Also, ich persönlich finde, von den Werten her sieht das 777 Version 2 sehr stark auf, auf Stufe 9. Panzerungstechnisch, uch, da er keinen richtigen guten Weakspot hat, aus meiner Sicht, außer jetzt diese 165 Millimeter Kuppeln, die ziemlich schwer sind zu treffen. Dazu kommt halt einfach noch, dass die Kanone eigentlich mehr oder einheitlich gleich geblieben ist. Das macht es auch schon ziemlich stark, aus meiner Sicht. Natürlich ist das Ansporn für mich, entweder gewertete Gefechte, sowie aber auch Frontline zu spielen, wenn es in diesen Spielmodus kommen könnte. Ist natürlich nicht gesagt, ob das wirklich kommen wird, aber die Chancen sind da. Und eben das Interessante ist, es wird hier eben gesagt, es ist ein nicht erforschbares Stufe 9er schwerer sowjetischer Panzer. Das kann natürlich aber auch heißen, es könnte sein, dass man mit Freierfahrungen oder sonst irgendwie erspielt werden konnte. Anyway, das ist meine persönliche Einschätzung zum 77777777 Version 2. Lasst mich wissen, was ihr von dem Panzer haltet in den Kommentaren. Denkt ihr, es wäre für euch persönlich ein guter Ansporn für Frontline oder aber auch für gewertete Gefechte? Ich persönlich finde von den Werten, also so oder so möchte ich den Panzer gerne haben, weil höhöhöh, Panzersammler. Aber unter anderem, die Werte sind schon nicht gerade zu unterschätzen. Wenn ein Spieler diesen Panzer gut spielen kann und weiß, wohin er in einer teilgedeckten Stellung stehen kann, dann... Neat. Wenn nicht... Hoppla! Dann doch eher nicht. Schönen Abend noch, morgen ist Freitag endlich und auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.